Wenn ich über neue Kraftwerksprojekte und neue Beeinträchtigungen nachdenke, dann muss ich halt zuerst einmal die Sanierung abschließen. Wenn wir Projekte bauen mit dem Argument, das ist für den Klimaschutz und gleichzeitig aber dann dafür sorgen, dass Flüsse, ganze Flussabschnitte in Wahrheit zu Industriezonen werden, zu Flussleichen, dann werden wir unterm Strich, wenn wir dann die Gesamtrechnung machen, keinen Erfolg haben.